Norddeutscher Rundfunk 2021 Du musst lauter gehen, poste Leon Bloß nur, ich film, das ist ja der Film Ich bin kaputt da Aber schon richtig von Dampf geschwärzt, gell? Ja, ja, ja Naja, das war schon rausgekommen Aber das war halt einmal so Oh, bitteschön Dankeschön Wir freuen uns ganz besonders, dass die Blasmusik vor Altenmarkt aufgekommen ist Meine Damen, seid schon aufgeregt? Ja Ja? Ja? Ja, du bist das eh schon gewohnt, gell? Ja Schau, ich darf noch ein Teil gerät Dann kommst du hier rein, das schaut ganz schön aus da Hallo 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 Steiergrießkindl Du, du kriegst keine Krone, du kriegst halt einen Flügel Danke fürs Mitmachen, Kaiser Und da hinten, da hinten haben wir die Original-Zither-Kaiser-Fahne Die Kameraden waren so nett Die Kameraden waren so nett Österreichische Kameradschaftsbund Ja, nur langsam Ja, da sind wir eben Gleich, gleich, ich dreh's gleich Das ist jetzt praktisch die Hinterseite, leid? Ja, direkt Und da haben wir die Vorderseite Die Vorderseite Sehr schön Und wann ist die gemidmet worden? Also im Jahre 1918 ist eine original-Kaiser-Fahne Und ist auch beim Begräbnis von der Kaiserin Zither dabei gewesen Beziehungsweise von Habsburg-Otto Freut uns, dass die Fahne jetzt in Berndorf ist Sie wird ja vorbeigetragen Sie wird ja vorbeigetragen beim Kaiser-Franz-Josef-Theater Also das, was ja der Kaiser 1899 eingeweiht hat Und da gehen wir dann vorbei zur Festbühne im Schutzengel-Zelt Danke fürs Kommen Ja, wen haben wir da? In Franz Obermeier Obmann der Kameraden vom Tristingtal Bezirksobmann Bezirksobmann Freut uns ganz besonders, Franz, dass ihr gekommen seid Jetzt geht's in Bremer aus Erster Gang, zweiter Gang Und zweiter, mit zweitem Gang Da kann ich auch nicht gehen Gut, was drauf haben Alles gut Sind die Harzburg-Eto Die Harzburg-Eto Die Harzburg-Eto Die Harzburg-Eto Die Harzburg-Eto Die Harzburg-Eto Die Harzburg-Eto